Oh, so haben wir die großen Ja- und Mutigen Helden. Oh, hallo? Da wird ja noch was für eine Rumpi. Nachbars Lumpi. Also ich hab' vor, das ist schon mal fertig im Kreis, nachbar Rumpi in Lumpi wieder einzufallen. Eine surreale Bauern-Dorf-Gemeinde. Und auf dem Sockel erscheinen folgende Worte. Mein Name ist Osimandias, König der Könige. Betrachtet mein Werk, ihr Mächtigen, und verzweifelt. Ach, der nächste Prophet. Wozu? Wozu? Ja, um eine neue Krio, um eine neue Religion in England zu gründen. Letztendlich ist es dann England, das Land an dem alle Religionen gegründet wurden. Wahrscheinlich. Wozu? 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 Das ist die Frage. Wie wird drauf? Ja, hatte ich das gemacht und doch mal, da waren wir uns verlassen und uns schlafen gelegt. Das ist ein Männer. Serum? Wir bieten ihm Reiterei und Gold. Bist du gescheuert? Er kriegt unsere Reiterei. Dann wollen wir noch die Gesetzgebung des Randen. Und den Kalender. Dafür kriegt ihr noch das... Die Theologie könnt ihr dafür noch sagen. Das Bauwesen? Sie verachten uns. Herzlichen Glückwunsch, Sie verachten uns. Ja, statt untersuchen, Bogenschützen. Nur noch alles ins Militärgesetz. Dann wurde zu großer Zeit gestorben, in dem nur drei Männer zurückkehren waren. Naja, genau die Zahl, die losgezogen ist. Nein. Von wo tausend werden losgezogen. Schafe. Aber wo Schafe? Wir waren zur Zeit, diese sinnlosen Scheiß mal zu beenden. Von wem kriegen wir Schafe? Oh. Ich glaube von Saladin. Sack, genau. Saladin! Von wem kriegen wir Schafe? Von irgendjemandem. Von wem kriegen wir Schafe? Wie doch mal nicht aufgepasst? Einfach! Oh, die kriegen Schafe! Oh cool! Von wem die... von wem die Schafe eigentlich die Gesamtkundeskündigen wahrscheinlich haben wir dieses Angebot zu präten und das wird mir immer weiterlaufen und unser ganzes Reichwort von Schafen überrannt Määäääää oh mein Gott wie adrenken das Ende der Zivilisation die brauchen kein Kolosseum, das sind Zwerge Zwerge vor allem sind echte Menschen mit echten Gefühlen mit echten Herzen aus Gold hm was will die denn von ihnen? wissen kriegst du nicht bitte ich ach Jude genau wie wir nein was das sind doch ältliche Schnee-Schiff-Golten das geht uns doch nicht an wie geht es in Europa? für alles gibt es eine Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel eine Zeit wir haben eine Armee, bevor wir sowas überhaupt machen könnten und jetzt sagen wir kommen wir helfen hier aber das kann ich doch das kann ich nicht ich kann nicht den Mongollen sagen dass я keine Armee habe Name darf auch nicht so klærapan er kommen die von man vom oeste von gestern chinesen von und monaren voir QUALA報 Auf Wiedersehen. Worte haben die Kraft zu zerstören oder zu heilen. Wenn Worte wahr und so gleichgütig sind, können sie unsere Welt verändern. Wir werden kein Drama. Wir sind ein Drama. Sieht ihr das an, die größten Civilisationen der Weltgeschichte. Wir werden nicht einmal erwähnt. Erpressung! Ja, wir bieten euch die Monarchie und ihr gebt uns nichts, natürlich. Du möchtest einen Axtkämpfer hochgeschicken, den Einzelnen? Als Drohung. Wir haben nicht mal Schiffe, womit wir irgendwas verschiffen könnten. Eins, da passen zwei Leute drauf. Alle erpressen sie uns jetzt. Jetzt haben sie wahrscheinlich... Wir hätten nicht die Grenzen öffnend sein für jeden. Sie haben gesehen, dass wir kommen, Soldaten haben. Und wenn, dann sind Holzfäller. Äh, nein, wir lassen uns nicht einschüchten. Dann lernen sie uns allen den Krieg oder so. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Halbemir und Ende. Überran. Übernacht. Ich glaube, ich, dass die bis in Sie und jetzt kommen werden denken. Wir haben noch nicht mal Straß. 7.10 Uhr nach Christus. Ohne Straß und ohne... Wir haben noch über 1000 Jahre Vorsicht bis in hier und jetzt sind. Da sind sie wieder doch. Auf den Grenzen. Nee, lass mal schingen, sonst kommst du auch mal. Wir sind vom Metro-Best. Da hast du uns noch mehr, wenn du siehst, dass du schwächliere müssen. Wie wir hier weg? Die ziemliche Kapelle könnte ich nicht tun. Sie ist die ziemliche Kapelle. Vor allen Dingen, Landry, sie sind überhaupt nicht gewachsen. Guck dir jetzt, ich sag mal Paris an. Oh ja, das könnte sein. Das ist ja noch festgestellt. Der Blick. Warum soll es weiter wachsen, dieser kleine Ort? Nein, wir brauchen das nicht. Wir brauchen das Geld nicht. Wir sind Bauern. Wer will was? Die Mongolen. Nein. Erst brauchen sie mal Goma und die Chinesen fertig machen. Die Chinesen fahren auf die Mongole. Jedes Ding ist wert, was der Käufer dafür zahlen will. Schön, dass ich das für den Maus machen. Beinig, wie soll ich mir denn da helfen? Holen die uns ja ab mit ihrem fetten Auge oder so? Oder du selber überfahren mit dem Taxi für 500.000 Euro? Stimmt mal etwas von beiden. Einer von unseren Leuten wird mitgenommen und der andere muss laufen. Offene Grenzen. Nein. Doch, die Franzosen lieben uns. Und wieder rein. Hinduisten. Kommt ja da rein. Das Rahmen der Zeit lässt sich nie wieder zurückdrehen. Yeah. Komm mal. Bitte. Ja, wir erfüllen Keramik. Yeah. Jetzt kommen wir heute schon zu Tee zu schlürfen. 1998. England entdeckt die Keramik. Das ist ein dummen Zufall. Wir haben eigentlich bis jetzt den Tee getrunken. Aus unseren Schuhen. Warte, deswegen hat er dieses spezielle Engel in Europa. Das wird ganz normal aus Schuh getrunken. Klassisch. Ja, das ist doch ein bisschen. Geld und Gesetzgebung und dafür geblieben einen Kalender. Komm, einen Kalender kann er haben. Ich muss sagen, ich muss meinen Kalender auch denken. Na komm, das ist doch Kalender vom letzten Jahr. Ich kann doch ruhig sagen. Nee, nee, nee. Geld gibt's nicht. Geld gibt's nicht. Zumal ich nicht sehe, wie viel Geld ich genau habe. Hat nicht ein Köpfermacht, über den Ton aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Literatur. Das ist ganz wichtig für England. Es wird Zeit, dem Land Gesetze zu schenken, auf das die Reichen die Arme nicht unterdrücken. Das schenken 860 nach Christus. Über uns schweben schon die NASA und Edgar Wallace, hätte ich fast gesagt. Fangen Sie warum. Dagenland. Dagenland. Oh, die Inder bieten uns Kühe, das ist was wert, wenn es von denen kommt. Also die sollen nicht scharf, aber... Oh, es erpresst sie trotzdem. Dann können wir uns leider versuchen, den Bauen. Es wird eigentlich mal Zeit, dass wir Tribut verlangen. Tribut. Wir werden erpressen, nach dem Zufallensprinzip ausgewählt, Katharina. Wir möchten Geld, alles was sie haben. Und noch viel mehr. Würde ich machen, wenn nicht Kaiserfreund eng. Aua, die hat mir eine geflangt. Nun, schade. Na, dann fragen wir noch einfach mal. Julius Caesar. Lachen.